Drei meiner Geschäftsfreunde wurden in jüngster Zeit durch Betriebsprüfungen geschröpft. 30.000 Euro Nachzahlung, 48.000 Euro Nachzahlung, 98.000 Euro Nachzahlung. Und das, obwohl die Finanzbeamten beim Besuch betont nett und verständnisvoll taten. Diese Heuchelei hat beim Finanzamt Methode. Denn in Wahrheit geht es diesen Geldjäger nur um eins. Sie wollen Steuerzahler auspressen bis zur Existenzvernichtung. Diese Unerbittlichkeit liegt in der Natur dieser Staatsthemen. Wollen Sie sich gegen diese Methoden schützen? Dann lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber raus aus den Fängen der Steuerfahndung. Dieses Wissen wird Ihnen helfen, gegen die gemeinen Psychophalen vorzugehen, die Ihnen durch das Finanzamt und den Betriebsprüfern gestellt werden. Und trotzdem, nicht nur bei der Betriebsprüfung oder Steuerfahndung. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.